Unumstritten waren die absoluten Highlights der diesjährigen Retromobilmesse in Paris die beiden Sonderausstellungen zum 100-jährigen Jubiläum von Citroën. Zum einen zeigte die französische Marke, die 1919 gegründet wurde, einen Querschnitt durch ihre Design- und Modellgeschichte und an anderer Stelle zollte man der Göttin Citroën DS Tribut. Auf dem 1200 Quadratmeter großen Stand zur Geburtstagsfeier der Marke zeigte Citroën drei verschiedene Sparten. Die erfolgreichsten Serienmodelle, Konzeptfahrzeuge und eine Reihe mit Rennfahrzeugen. Die Reihe der erfolgreichsten Serienfahrzeuge wurde von dem Citroën Typ A10 HP angeführt, gefolgt von dem kleinen C3 5 HP und dem Traktion Orban. Natürlich durfte in der Reihe auch der Citroën 2 CV und die DS 21 Pallas nicht fehlen. Hochinteressant waren auch die gezeigten Konzeptstudien, wie zum Beispiel der Citroën C10 von 1956, mit dem die Ente abgelöst werden sollte. 1972 stellte Citroën den GS K-Mark auf dem Genfer Automobilsalon vor. Ein Konzept zu dem späteren Modell BX. Sehr futuristisch wirkt das Konzept Carin, das 1980 auf dem Pariser Automobilsalon als Prototyp für den CX-BX vorgestellt wurde. Die Schau der Konzeptfahrzeuge führte bis in die Neuzeit und zu sehen gab es noch den Activia 1, Xanier, Osmose und Experience. Bei den Rennfahrzeugen zogen die Rennfahrzeuge Petit Rosalie und der Scarabée Doha Aufmerksamkeit auf sich. Legendär auch der Citroën 2 CV Raid Afrique. Bei der Sonderausstellung zu dem Thema Citroën Chapon in allen Varianten waren zahlreiche Karosserieformen der DS-Modelle zu sehen. Sonderkarosserien von Chapon in unterschiedlichsten Formen wurden sich gegenübergestellt und so konnte man die einzelnen Details wunderbar erkunden. Die französischen Hersteller zeigten die große Präsenz auf der diesjährigen Retromobil. Renault feierte den Turbo und präsentierte turbogeladene Serienmodelle. Unter dem Motto From the Track to the Road waren viele kleine Kraftprotze auf der Ausstellungsfläche aufgereiht, wie der Renault 5 Turbo, Renault 18 Turbo, der Fuego Turbo oder auch der Formel 1 RS02 von 1979. Gleich neben dem Renault-Stand beeindruckte ein Gigant, der Berlier T100. Mit seinen 5 Metern Breite, 5 Metern Höhe und einer Länge von 15 Meter zählt er zu den größten Fahrzeugen der Welt. Entwickelt wurde der Berlier T100 für Wüsteneinsätze, um schwere Materialien und Rohstoffe zu transportieren. Die Besucher konnten das Monstrum hautnah erkunden und durften sogar unter dem Fahrzeug die extra entwickelten Riesenbauteile bestaunen. Zwei weitere Schwergewichte waren gleich nebenan zu sehen. Das Französische Panzermuseum und The National Union of Collectors of Military Vehicles zeigten zwei Panzer. Den knapp 30 Tonnen schweren deutschen Panzer IV und einen US-amerikanischen Panzer Sherman. Jedes Jahr zeigt das Compiègne National Automobil Museum auf der Retromobil eine Sonderausstellung zu einem ausgewählten Hersteller. In diesem Jahr präsentierten sie den Pionier der Automobilindustrie Marquis Albert de Dion. Bereits 1988 experimentierte de Dion zusammen mit dem Pariser Ingenieur Delalande an einem dampfgetriebenen Dreiradfahrzeug. Bereits 1890 hatte de Dion eine gut laufende Firma für Dreiräder und Fahrzeuge mit Einzylindermotoren. Das erste benzingetriebene Motorett war der De Dion-Ton Vis-a-Vis-Wagen von 1899. Die Historie der Marke wird durch weitere Modelle aus der Zeit zwischen 1900 und 1907 ergänzt. Im Mittelpunkt ein Fahrzeug, das erst einmal den Besucher irritiert, da ein modernes Fahrzeug inmitten der Urfeder des Automobiles steht. Der Lamborghini Flying Star II von 1966. Ein Highlight aus der Designhistorie Lamborghinis. Er leitet die Ära des sogenannten Shooting Station Wagens ein. Der sportlichen Fahrzeuge mit funktionalem Kombiladeraum. Weitere Jubiläen durften bei der 44. Ausgabe der Retromobil nicht fehlen. Bentley feiert 2019 seinen 100. Geburtstag und hatte daher zwei Bentleys am Stand. Den neuen GTC 635 und den 100 Jahre alten Bentley EXP II. Bugatti feiert 110 Jahre seines Bestehens und zeigte einen Bugatti Typ 55 und einen sehr seltenen Bugatti EB 110. Abarth feierte seinen 70. Geburtstag. Am Stand von Abarth waren einige Exemplare der eindrucksvollen Historie zu sehen. Vom Fiat 500 mit Abarth Tuning über den Lancia Rally 037 von 1982 bis hin zum Abarth 1000 Monoposto von 1956 und dem Alfa Romeo 750 Competizione von 1955. Der britische Mini feiert dieses Jahr seinen 60. Geburtstag. Das National Motor Museum of Beaulieu und das Haynes International Museum hatten aus diesem Anlass eine große Ausstellung für die kleine Legende organisiert. 1959 wurde das kleine viersitzige Coupé vorgestellt. Designer Alain Kisigonis wurde von dem Entwurf eines Chassis mit querliegendem Motor von dem Franzosen Deschaux inspiriert und konstruierte den kleinen Briten. Neben einigen Modellstufen zeigt die Ausstellung auch besondere Modelle aus der Historie des Mini. Wie zum Beispiel den legendären Rally Rennboliden Mini Cooper S von 1964 oder den von Marcos in Lizenz gebauten Rennboliden Mini Marcos. Die britische Armee hatte den Auftrag zu einem kleinen geländegängigen Fahrzeug aufgegeben und das Ergebnis war der Mini Moke. Weitere Modelle wie der Woody Mini oder ein Mini-Händlerwagen zeigten die ganze Bandbreite des kleinen Engländers. Immer wieder eine Überraschung sind die Sonderausstellungen zu bereits vergessenen Marken auf der Retromobil. In diesem Jahr war es die französische Marke Bedelia. Robert Bourbeau und Henri Deveau, Studenten am Pariser Institut für Elektrizität und Technik, hatten 1907 mit ihrem Motorrad einen Unfall. Da sie beinahe mittellos waren, konnten sie den Schaden am Motorrad nicht reparieren lassen. Daher bauten sie ein Tandemgefährt aus den Materialien, die sie zur Hand hatten. Als Antrieb diente der Motor aus dem verunglückten Motorrad. Der Fahrer saß hinten im Fahrzeug und der Beifahrer vor dem Fahrer im Tandemsitz. Das Fahrzeug war so einfach in seiner Form und in seiner Funktion, dass es bald großen Zuspruch fand und die Nachfrage wuchs. Ab 1908 begannen die beiden Techniker ihr sogenanntes Cycle Car in Serie zu fertigen. Rund 3000 Fahrzeuge wurden von diesen einfachen Modellen gebaut. Heute existieren noch rund 18 Modelle. Auf der Retromobil wurden 14 Fahrzeuge der Marke gezeigt. Bedelia-Fahrzeuge wurden während des Krieges auch als Krankenfahrzeuge eingesetzt. Am Stand eines französischen Automobilclubs waren noch weitere Exemplare ausgestorbener Marken zu finden. Darunter ein Lafitte Vortourette von 1923. Die französische Marke existierte nur fünf Jahre lang und baute Kleinstfahrzeuge mit einem Dreizylinder-Sternmotor. 1925 begann die Produktion der französischen Marke Micron. Die einsitzigen Fahrzeuge hatten eine Besonderheit. Sie waren frontgetrieben und der wassergekühlte Motor war so mit der Frontachse verbunden, dass die gesamte Achse mit der Kühlerfront und Getriebe eingelenkt werden konnte. Für großes Aufsehen sorgte der Lancia Stratus HF Zero, der an dem Stand des Automobilmuseums Turin zu sehen war. Gleich daneben waren an einem Clubstand zwei sehr seltene Hotchkiss Gregoire zu bewundern. Auch Motorradfans kamen auf ihre Kosten. Auf rund 400 Quadratmetern wurde die französische Motorradmarke Gnome Aeron präsentiert, die ebenfalls ihr 100-jähriges Bestehen feiert. 20 Modelle der Marke, darunter echte Raritäten, wurden gezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017